Musik Das war eine Sitzende von der Westin, dass der Kumpel mit Kampel lag und der Kumpel mit der Kumpel gespielt wird. Ich glaube, das war eine Antwort. Ich sehe die Vorbereitung, dass die Kampel überlegt wird. Der Fußball ist schon komisch, weil wir mit den letzten 10 Minuten überlegt werden. Wir haben jetzt unbedingt nichts mit dem Spiel gemeinsam. Das hätten wir in der ersten drei, in der zweiten sind es vier. Weil wir müssen das Spiel weg. Ich glaube, es hätten wir noch weiter gespielt, wenn wir auch noch so ein paar gemacht haben. Der Tor hat sich an der richtigen Stelle. Ich habe die beiden dazwischen entschuldigt. Aber die waren heute überlegen. Die Tatsache sind besser in der ersten Zeit. Aber trotzdem ist es der zweite Punkt. Der Tor ist total gut. So ist es total gut. Das bei uns in dem Moment gar nicht. Und leider ist es manchmal so. Und das ist von mir zum Spiel einiger Acker-Läure. Danke. Vielen Dank, Herr Kanzler. Ich kann jetzt sagen, Herr Kanzler und Herr Kanzler, Sie können Ihre Spieler, die dieses Besuch in den letzten Jahren haben. Ich frage mich, wenn Sie die sozialen Mannschaften haben, haben Sie gesagt, ich habe das schon nicht nur noch im Fußball. Als es meinen Spieler total effektiv gemacht haben, dass ich es besucht habe, bei dem Ansatzreiter macht er auch viel Kanzler mit. Er spielt ziemlich ganz krach und er kommt auf die Bauchhöhe an. Deswegen war das schon mal der erste Meter. Und das andere ist, dass die Spieler viel gesiebter waren. Auch, dass sie gute Entscheidungen haben, die letzten vier erste Meter. So haben Sie die Abmeldung in den Jahren ein. Da krank sich eigentlich keiner von den Spielern. Dann bereiten wir uns noch mal vor, die Spiele, die wir in den letzten Jahren haben. Wie können Sie mit dem suchen? Was ist das hier bei Ihnen? Wie haben Sie die Chancen gewählt? Oder ganz schwach? Die Chancen, die man da hat für Freistilung. Natürlich ist das sehr ähnlich. Ich glaube, bei Ihnen ist das ein ordentliches Heimspiel. Auf jeden Fall ist es wahrscheinlich auch so, dass man mit Kulturmöglichkeiten ausgesagt hat, ob es dann tatsächlich künftig betontes sein müsste. Oder nicht, dass ich die Maschine nicht bewerte. Aber dass das Spiel am Ende keine Zahnung war, dass es wirklich einig ist aufs Ziel. Okay, dann geht es aber. Die Kollegen sind jetzt wohl viel zu warten, gerade was sich heute für wir. So überschreitert sich von Situationen zu viel. Das Spiel ist immer wieder die Situation vor dem Tor, aber wenn man dann vielleicht auch noch eine klare Linke liegt, dann schreckt das Festfuß. So entwickelt sich dann das Spiel manchmal. Wenn man das so organisiere und ich kann es sagen, wenn man an der Tourabschluss-Aktion arbeitet, aber es ist nicht wichtig, dass man das besser macht. Es ist aber so, dass man am Ende alles sagen muss, es war ja vieles gut. Das hat man sehen, dass man vielleicht in der Tourabschluss-Aktion ist. Nicht so gut ist der der Beinverlohung, der sich in der Tourabschluss-Aktion ist. In der Vorrunde war es so, dass man eine Tourabschluss-Aktion hat. Jetzt hat man die Tourabschluss-Aktion. Das ist eine Menge von Schiffen. Dann gibt es hier den Rest. Man muss sich durch den Fortschritt und danach auch in einer anderen Situation fortschreiten. Ja, das habe ich noch einmal was. Ich bin der Dauer in dem Karten, in dem Karten. Den Fortschritt und dabei ist es, es ist schon mal ein bisschen sehr gut, ich wollte eine Kommandos-Aktion. Der Kommandos ist wirklich sehr cool. Ich weiß, dass wir das jetzt nicht haben, dass wir das an der Karte kommen haben möchten. Wir werden das in der Seconde Kommandos-Aktion ist. Man kann es sagen, es ist ein bisschen versteckt. Ja, stimmt. Zuerst Herrn Zajramovic. Können Sie ein paar Worte über die Wintervorbereitung sagen, wie Sie glauben, wie Sie die Situation einschätzen und wie Sie zur möglichen Abmeldung stehen? Vielen Dank. Das Problem bei uns ist, dass wir nach dem Zeitpunkt zwei Ausflussspieler haben. Das ist natürlich zu wenig. Es ist ein bisschen einfacher, dass die gute Situation ist. Wir spielen gegen Ballerwein die besten Hotscha-Bahn, die ich hier bin. Und dann haben wir die Vorbehaltung von der Vorbehaltung. Tobias, kannst du ein Fazit von der Vorbehaltung sehen? Ja. Ich will einen Ausblick auf die Gesamtsituation geben. Das ist eine schwierige Lage, man ist im Abstiegskampf. Und die zweite Frage ist, Thomas Kahn, der Abgang, der ist ein bisschen seltsam, dass es vielleicht da ein bisschen mehr erläuft hat. Das ist ein bisschen vorbehaltend, ist dann eigentlich wiederum zugelegt. Und durchgekommen, dass alle Einheiten in dieser Sache durch die zwei normalen Platz vorbehalteten. Das kann man in den Hauptkammern festhalten und gefühlt. Aber da war es schon immer falsch, weil es sich nicht beschrieben wird. Die Situation hat sich bis jetzt, glaube ich, im Vergleich zu dem Zeitpunkt, dass wir nicht in der Tausendung sind, hat die Regulierung natürlich wieder ändert. Das muss man auch sagen. Und von den Faktoren von Thomas Kahn anschließend, das war es. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und das gleiche Befehlschutz-Versalz. Wir sehen uns wieder am 10. März zum Anschieben der ISG-Wandheit. Vielen Dank für das Wort. Wie? 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 Untertitelung des ZDF, 2020